recht herzlich willkommen zur 109 folge von towns ja letztes mal ist irgendwie nur der händler zum schluss gekommen schauen wir noch mal rein ne doch nicht ach so er muss erst mal auf die karte kommen sozusagen gut da sind wir da unterwegs wir waren unten allerdings und haben hier geguckt dass wir das wasser noch einnehmen was hier ist einer steht da auch gerade und keine ahnung da steht ja ja da ist water und was machst du da okay wir können hier mal unlock machen weil das wollten wir ja da drüben können wir gerade schnellstens noch was hinbauen steinwerder diesen machen wir anders versuchen wir gerade da einen zu zaubern macht er das wieder nicht oder was so ich glaube jetzt ist der händler da da kommen wir gerade rein interessante sachen bringt er alle mit die wir aber auch gar nicht unbedingt brauchen möbel lampen die piepvögel nämlich aber und die kerzen immer auch die blumen nicht da kriegt er jetzt ein paar 100 leute 100 grüner ja lass es uns machen oder tauschen gut und dann laufen wir wieder los so die haben anlockt und da haben wir zwei hingesetzt mal gucken was passiert ob wir das hinkriegen kommt auf jeden fall schon einer mit einem stein und die drei kann er dann da unten hinsetzen ja auch nur dass es klappt da ist sonst was eingekommen schade vielleicht geht der zweite auch zu spät schade äh komm ne das klappt dann nicht wohl doch einer geht ist auch gerade das was eingekommen funktioniert also nicht hier wird es gehen das hier dabei hat nix na doch läuft weg aber das ist ausgewählt und sie hat geklappt das haben wir zugekriegt da nicht ich habe jetzt gesagt komm lass uns mal hier zumachen aber oh da wird es gehen da macht es woanders hin äh schade da kriegen wir nicht hin ne die sind zu weit weg deswegen schaut man das nicht die haben jetzt so eine lange anreise ne ne da pro ort mehr werden dann wird das besser klappen ne geht auch wieder nicht oder doch da oben ging es hin kriege ich die denn jetzt nochmal reaktiviert ne weil die da liegen ne mach die da ein macht er auch super da unlock vielleicht klappt das jetzt mit dem Eckstein da schon mal aber ich glaube nicht hm es wird grad trockenfaser ne das ist schon zu spät jetzt machen die das da hin ne super oder wäre schön gewesen wenn einer den da hinlädt sitzt und shit auch ja das war es jetzt kommt einer und setzt den da hin das ist immer so kommt warum warum da hin bleibt da unten und wartet und wartet aber setzt den stein da nicht hin warum nicht da kommt jemand holt den stein da weg so das ist zum glück zu und jetzt lasst den das bitte dahin bauen wunderbar da hat ja schon mal etwas geklappt also hier kommt kein wasser mehr durch und er kann denn da nicht hinbauen weil alles so ist ja da trocknet das wasserrad weg was man hält ne kriegen wir das wasser da kontrolliert ich glaube nicht jetzt ist es auch weiter vorne wieder bis die beiden da sind ist das auch schon wieder voller wasser wahrscheinlich und da kommen sie jetzt nicht hin ja schön wenn es klappen würde geht aber nicht weil das wasser davor ist na ja jetzt hat sich schon wieder erledigt er kommt auch nicht mal da weg glaube oder sie keine ahnung er trinkt gleich wahrscheinlich noch so haben wir angeklickt aber geht wahrscheinlich nicht ne die beiden auch noch anlockt machen es kommt jemand aber jetzt ist das wasser da super geht also nicht schade ja wenn wir das mal hinkriegen würden da kommt jemand setz den um, kann man Unlock machen, kann man auch Unlock machen und dann machen wir auch Unlock. Da würde ich dann jetzt gerne hinsetzen, aber da kommt niemand hin. Die Person ist zwar da, kriegt es aber nicht hin, weil der Weg verbaut ist. Geht nicht, jetzt wird es klappen. Es ist aber niemand da, der es machen kann. Oh, wir haben gute Karten, also es klappt. Ja, aber falsche Seite, die Dame. So ein Shit auch. Jetzt müssen die beiden da weg, damit das klappt. Kommen auch. Kommt's ab, gleich wieder hin. Jetzt die Steine da hingesetzt. Jetzt kommt keiner doch da. Kommt, beeil dich, damit das Wasser da nicht hin kommt. So, das hat geklappt. Pass auf, jetzt gibt's das gleich wieder da hin. Kommt keiner, ne? Vielleicht kriegen wir das jetzt gleich mal zu. Da ist jemand, diesen Stein bitte wegnehmen. Ja, und dann auch da wieder einen hinsetzen. Oh, da kommt ein neuer. Und noch ein neuer. Super. So, und jetzt stellt sich die Person da hin oder da hin. Wetten? Ich wusste es. Oh Mann. Jetzt bleibt die da stehen. Destroy. Und hinbauen. Wenn jetzt jemand kommt, dann wird das klappen, weil da kann sie sich nirgendwo hinstellen. Aber wahrscheinlich bevor der da ist, ist das Wasser da. Nein, das hat diesmal geklappt. Wunderbar. Gut, dann haben wir das erledigt. Ich hab nicht gedacht, dass wir das noch schaffen. So, jetzt gucken wir hier rein. Gucken wir mal, dass wir noch ein paar Kerzen bauen da. Hier, das ist noch eine Möglichkeit. Die würde jetzt eigentlich da, glaube ich, hingehören die Kerze. 1, 2, 3, da also hin. Hier unten geht sogar noch was. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Passt. Ja. 1, 2, 3. Da kommt die Kerze hin. Und da auch irgendwo noch 1, 2, 3. Destroy Stone und dann die Kerze dahin. 1, 2, da. Habe ich das jetzt angeklickt oder nicht? Ich glaube schon, ne? So. Steine liegen hier erstmal genug noch. Allerdings können wir die da mal grad abbauen. Passt schon, ne? Die 3 auch, oder? Ja. Dürfte kein Wasser rauskommen. So. So. Hier oben mal vorbeigeschaut. Oh, Getreide ist alles abgeerntet. Haben wir denn so viel da jetzt rausgeholt? 3 Brote. Okay. 16 Äpfel. 15 Birnen. Was macht die Happiness? 62 von 80. Geht. Das würde bedeuten, wir müssen wieder mehr Getreide noch haben. Dann würde ich sagen, einfach mal die Reihen hier verlängern, oder? Da könnten aber auch die Schrift-Taste gedrückt teilen. So. Und eine machen wir noch. Fertig. Jetzt müssen wir das umgraben. Und wenn wir das umgegraben haben, dann bepflanzen wir das. mit Getreide. Kommen alle mal her, bitte. Und graben um. Okay. Mitten drin und überall, ne? Ja. Kann man jetzt nicht irgendwie grad so mal eben machen, ne? Ja, guck mal, hier geht jetzt was. Und weiter geht's. Da ist schon bepflanzt worden. Ja. So. Dann ist eine Reihe auf jeden Fall hier gerade fertig geworden. und die leider nur nicht. Aber wir können's trotz alledem mal hier so, zack. Schifters immer drücken, dann brauchen wir das nicht immer wieder anmachen. Passt. Da. Der auch. Oh, hier fehlt auch noch einer. Da. Fehlt auch noch was. Da. Das geht nicht, oder was? Dann geht's doch da oben auch nicht, oder? Ne. Okay. Das sind Sandflächen, dann. Auf Sandflächen wächst irgendwas anderes? Mit Kaktus? Ja. Ich weiß aber nicht, ob wir hier irgendwo Kaktälen haben. Kaktus nicht, oder? Ne, ist gar nicht gewesen. Gut. Pflanzungen sind's gemacht. Ich glaube, ah ne, da ist noch eine Stelle. Den gucken wir mal, ob wir den noch kriegen. Ja, war wohl das. Jetzt ist die Frage, wo die Kakteen sind. Ob hier überhaupt irgendwo welche sind. Da sind keiner. Hier ist auch keiner. Wolle das die passende Klimazone wäre. Und das auch das passende Biom. Ne. Auf der Karte gibt's keine Kakteen. Aber wir haben bestimmt mal einen Händler, der vielleicht sowas mitbringt. Hier wäre das eigentlich möglich, aber hier wachsen Palmen. Ja. Gut. Dann halt nicht, ne? Ja. Dann sind sie wieder zu Gange. Boot ist grad null. Das ist schlecht. Hier sind's 69 Punkte. Wir können mal grade mal Rüstung noch reingucken. Okay. Da sehe ich einen leeren Brustkörper. Lernkorpus. So eine Ahnung, wie man das sagen sollte. Und hier auch noch einen. So. Wieder bewerten. Gut. Die drei Kakteen kommen dann irgendwann später. Mal gucken, wenn wir einen Händler haben, dass wir auch Kakteen einkaufen. Dann können die das pflanzen. Gut. Dann würde ich aber sagen, soll's für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.